Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu diesem kleinen Ankündigungsvideo. Wie ihr vielleicht am Titel hier unten schon entnehmen konntet, wird es ein Meet & Greet geben, zusammen mit Nintendo. Ist das nicht mega, mega cool? Ich freue mich auf jeden Fall mega und bin schon richtig aufgeregt. Ich hoffe, dass ganz viele von euch vorbeikommen werden. Ja, die Details dazu. Es wird am 23. Dezember von 13 bis 15 Uhr im Nintendo Weihnachtssauber auf der Maria-Hilfer-Straße Nummer 9 im 6. Bezirk stattfinden. Die Adresse und alle wichtigen Details wie Datum und Uhrzeit stehen nochmal unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall dort unbedingt vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen, falls ihr Lust habt, uns zu sehen, weil wir werden mit der gesamten Familie dort sein, mein Mann, die Kinder, ich natürlich. Und wir haben dort zwei Stunden Zeit, um Fotos zu machen, um zu plaudern. Ich kann euch auch mal endlich kennenlernen und ich freue mich auf jeden Fall mega, mega darüber. Zusätzlich können wir im Nintendo Weihnachtssauber zocken, weil dort sind ganz viele Konsolen aufgestellt mit Nintendo Switch und richtig coolen Spielen. Wir waren dort schon mal, also ich mit der Lara, mit der Luise und es ist so lustig dort. Da hat man nämlich die Möglichkeit, vor Weihnachten nochmal alle Spiele auszutesten, bevor man, ihr wisst schon vielleicht, das ein oder andere für Weihnachten erholt. Ja, so als Inspiration für euch. Und wenn ihr Bock habt, dort hinzukommen und mich zu sehen, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Schreibt das unten in die Kommentare, falls ihr Bock habt zu kommen. Und schreibt mir auf jeden Fall, mit wie vielen Leuten ihr kommen möchtet. Also ihr könnt natürlich Mama mitnehmen, Papa mitnehmen oder die Kinder, falls ihr schon erwachsen seid. Oder Cousine oder Freunde, was auch immer. Ihr könnt, wie gesagt, alle Leute mitnehmen, die ihr mitnehmen möchtet. Es wird auch ganz coole Goodie Bags geben für alle Leute, die da sein werden. Und zusätzlich als Sahnekirsche, nein, als Kirsche auf der Sahne, als Sahnekirsche, wird es nochmal unter allen Fans, die da sein werden, werden wir eine Nintendo Switch inklusive drei coolen Spiele verlosen. Also falls ihr noch keine Switch habt und gerne eine haben wollen würdet, dann kommt auf jeden Fall vorbei. Ja, alle Leute, die vorbeikommen, haben ein Los und nehmen automatisch teil. Ja, das ist nicht cool. Ich bekomme noch eine Switch kurz vor Weihnachten. Das ist auf jeden Fall ein vorweihnachtliches Geschenk von mir und Nintendo. Ich würde mich sehr, sehr freuen, falls ihr kommen wollen würdet. Wie gesagt, schreibt es mir unten in die Kommentare, damit ich ungefähr abschätzen kann, wie viele Zeit und Bock und Lust hätten, überhaupt zu kommen. Und ja, ich bin auf jeden Fall mega, mega aufgeregt und gespannt, euch auch mal endlich kennenzulernen. Wenn ihr Bock habt, vorbeizukommen, dann sehen wir uns am Montag, der 23. Dezember. Wenn nicht, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich küsse euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!